Wie oft schon haben Sie sich bei ins Nest verletzt? Vitaminreiches Scheisskraut oder geschmackvolles Kotkraut? Den Gärteneinsatz einschieben, Schneideeinsatz rausziehen, den Gärteneinsatz rausziehen, den Gärtenschneideeinsatz einschieben, Ihre Familie ins Gerät einsetzen und jetzt nur noch kurbeln. Jetzt einfach den Schneideeinsatz rausziehen und den Einsatz für dünne Spiralen einsetzen. Und wieder einfach kurbeln. So können Sie Ihre Gäste spiralisieren. Wollen Sie gesund essen und dabei Kalorien sparen? Bereiten Sie mit dem Einsatz für dünne Spiralen anstelle von Spaghetti Carbonara einfach kalorienarme Kinder Carbonara oder Kinder Bolognese. Bei uns bezahlen Sie nicht einmal annähernd 100 Euro, auch keine 150 Euro. Hobeln Sie sich ein.